Das ist der neue Mini Cooper S. Fünf Zentimeter länger, einen halben Zentimeter breiter und einen Zentimeter niedriger. Nichts Neues also, auch die wahre Evolution ist hier, der Turbolader. Der Turbomotor ist von der ganzen Performance her ein deutlicher Schritt nach vorne, auch in Sachen Verbrauch gegenüber dem alten Kompressor-Motor. Ja, auch der neue Mini Cooper S ist ein verdammt veraktives Auto und macht wirklich einen sehr, sehr direkten Eindruck. Der alte war ein bisschen so hinters Licht führend, weil er im ersten Moment super Handlicht tat und dann aber das nicht so ganz eingehalten hat im weiteren Verlauf der Kurve. Also hier ist das eigentlich schon sehr, sehr stimmig, das Ganze. 175 Turbo-Pace und ein überarbeitetes Fahrwerk plätten jede Straßenkrümmung. Hier auf der nassen Strecke kann man halt, wenn man zügig einlenkt, das Heck ein bisschen zum Mitlenken überreden. Das finde ich ganz nett. Das Auto hat eine sehr direkte Lenkung, lenkt schön ein. Da kann man das Auto schön zielgenau in die Kurve rein sliden lassen. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Der S ist ein sehr fahraktives Auto. Deshalb, wer schnell fährt, muss auch schnell reagieren. Das heißt also, wenn man hohe Autobahntempi damit fährt, kann es nicht wie bei einer E-Klasse Mercedes so ein bisschen machen. Ist klar. Also hier kann man sich ganz schön in den Arm stoßen, wenn man heftig gegenlenkt. Ah, das wollen wir ja nicht machen. Der neue Cooper S macht eine gute Figur. Aber behauptet er sich auch gegen seinen Hauptkonkurrenten? Der Entwicklungsstand, auf dem Turboladermotoren jetzt sind, erlaubt einfach eine schöne Abstimmung. Die Fahrbarkeit und auch so dieses subjektive Leistungsempfinden ist bezogen auf den Kompressor-Vorgänger deutlich schöner geworden. Auch so der Bereich, wo er vernünftig Vortrieb liefert, ist so zwischen drei und sechs. Ich finde den Turbomotor allein deswegen besser, weil er nicht klingt wie ein Mixer. Der Cooper S mit Kompressor, da hat der Kompressor so laut gejault, das hat mir einfach nicht gefallen. Und so klang der alte Motor. Der Verlauf und das subjektive Empfinden von der Leistungskarakteristik ist bei dem neuen einfach harmonischer und schöner. Davon profitieren auch die Fahrleistungen. 0 auf 100 in sieben Sekunden, Topspeed 225. Doch in engen Kurven hat der Frontantrieb seine liebe Mühe. Fehlt hier meines Erachtens auf jeden Fall ein Sperrdifferenzial, weil das innere Vorderrad sehr stark dazu neigt durchzudrehen. Und noch etwas fehlt, ESP. 500 Euro kostet es beim Cooper, 350 beim Cooper S. Eine gefährliche Modellpolitik, gerade für Fahranfänger. Wenn du heute cool bist, so James Dean mäßig, dann wenn du mit deinen Kumpels in die Karre einsteigst, ist der allererste Griff nach dem Anlassen ESP ausschalten. Und ich halte das für gefährlich, weil niemand wirklich sagen kann, ich habe jetzt hier die Kontrolle. Das ist beim kleinsten Ausrutscher sofort sein Geld wert. Als Fahranfängerauto, finde ich, sollte das DSC eigentlich schon drin sein. Weil, wenn man irgendeinem Alleebaum klebt, dann hat man eigentlich von dem Fahrspaß nicht besonders viel. Beim neuen Mini spürt man halt einfach, dass viel Liebe ins Detail geflossen ist im Fahrwerk. Und das macht dann einfach Spaß. Und das lässt das Auto Spaß machen. Gut 21.000 Euro kostet das Topmodell Cooper S. Klingt verlockend. Doch die Serienausstattung ist mager und die Aufpreisliste lang. Das fängt bei den Nebelscheinwerfern an und hört bei den 17 Zoll Leichtmetallfelgen im hippen Design auf. Naja, einen Mini zu fahren war ja schon immer etwas Besonderes. Das Hauptmerkmal des Mini-Topmodells, die Hutze, ist geblieben. Nur ist sie heute mit dem blinden Gitter völlig ohne Funktion. Früher wurde damit der Ladeluftkühler angeströmt. Heute ist es nur noch Zierrad für Überholprestige. Wer den neuen Mini vom alten noch nicht ganz unterscheiden kann, dem gelingt das spätestens beim Ändern des Innenraums. Allein schon der neue Tacho im Suppentellerformat verfügt über eine gewisse Anziehungskraft, der sich der Fahrer nur schwer entziehen kann. Der neue Mini Cooper S ist fahrdynamisch deutlich erwachsener geworden. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der Polo Cup Edition ist so mit seinem ganzen Erscheinungsbild, finde ich das Auto sehr stimmig. Das ist so eine Note aus modern und aggressiv. Nach dem Polo GTI folgt nun die verschärfte Cup Edition Version. Für rund 22.500 Euro geht's in 7,5 Sekunden auf 100 und mit 225 Sachen über die Autobahn. 180 knackig verpackten Turbo PS sei Dank. 3.300 Euro kostet die Cup Edition mehr als der normale Polo GTI. Dafür gibt's aggressivere Optik, 30 mehr PS und größere Räder. Ach ja, ESP ist im Polo natürlich serienmäßig. Keine Frage, der Polo GTI, gerade Cup Edition ist auf jeden Fall ein Auto mit sportlichem Anspruch und ist auch vom Verhalten her ein knackiges Auto. 180 PS in einem Kleinwagen. Klingt würzig. Und ist es auch. Hier auf dem ersten Testgelände ist die Traktion vom Polo ähnlich gut oder schlecht wie beim Mini auch. Das ist also vergleichbar. Der Turbomotor des Wolfsburgers fährt sich wie ein klassischer Sauger. Kein Durchzugswunder aus dem Drehzahlkeller also, sondern giftig zupackend bis in höhere Drehzahlen. So fahrleistungsmäßig sind die Autos völlig fast identisch. Die Motoren fühlen sich ungefähr gleich an, nur dass der Polo, der Motor klingt so ein bisschen rauer, ein bisschen angestrengter. Auf der Geraden schiebt der Polo mächtig an. Doch spätestens beim Einlenken fehlt die knackige Handlichkeit des Mini. Der Polo fühlt sich massiger an, weil die Lenkung etwas undefinierter ist, gerade um die Mittellage herum. Und auch wegen dem Setup, weil der Polo einfach nicht so ein spitzes Einlenken hat. Die Abstimmung vom Polo GTI Cup Edition ist sehr sicherheitsorientiert. Das heißt also, das Heck macht keinesfalls Anstalten so ein bisschen mitzulenken. Das ist natürlich auf der einen Seite sicher, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen langweilig. Wer jetzt denkt, er könnte das Auto auf der Bremse anstellen, um ihn so ein bisschen mit dem Heck mitlenken zu lassen, der vertut sich. Das ESP greift nämlich ein. Und bevormundet erheblich. Dass das Motormanagement von alleine ein bisschen Gas gibt, um das Auto wieder etwas mehr gerade zu ziehen. Und solcherlei Eingriffe finde ich persönlich einfach, also die gefallen mir einfach nicht, weil das einfach so reingefunkt wird, ohne dass ich das will. Beim Mini finde ich die Linie viel besser und klarer. Off heißt off und dann ist es auch off und auch beim Bremsen. Und wenn es on ist, dann ist das Auto einfach sicher und trotzdem dynamisch. Mein Fazit. Der Polo GTI Cup Edition kann leider nicht ganz halten, was seine aggressive Optik verspricht. Fairer Preis, potenter Motor und serienmäßig ESP. Doch die freudlose Fahrwerksabstimmung und das teils fragwürdige Eingreifen der Elektronik bei abgeschaltetem ESP kosten den Sieg. Wer lupenreinen Fahrspaß sucht. Der ist beim Mini deutlich besser aufgehoben.